Der wird nie tot gehen. Niemals. Das ist sinnlos. Ich bin beobachtet, dass ob da was passiert, wenn nicht auf diese Scheiße gehen. Ob die Blase verschwindet oder keine Ahnung. Das passiert nicht. Nee. Nee, passiert auch nichts. Ha! Guck mal, das Ding ist weg. Ja. Dann musst du ja, wenn das da ist, glaube ich, mit dem auf das Ding gehen. Ja, konnte ich ja nicht wissen. Ja, nee, das war nicht wahr. Ich krieg schon mit, wie die wahrscheinlich die ganze Zeit fluchen. Die sind direkt... ...kuchen-tank, ey. Zu doof zum tanken, abschauen. Dann melden sie dich ja. Was, das kann ich denken, oder so. Ja, dann macht das mal klar. Ja, aber er kriegt immerhin die Schaden wieder. Da kann der mit dem Punkt spielen. Superschön. Oh Gott. So, der hat nur noch 60 Daumen. Dann machen wir jedenfalls bis hier Pause. Äh, danach, ähm, ja. Da spiel ich dann wieder Silvester, äh, 2018. Alter, geh weg. Aha, lass mich durch. Also ihr müsst 56.000 auf unser Knüppel. 55.000 auf unser Knüppel. Ja, klar. Schaffen wir wieder. Äh, die, die Dings ist wieder an. Ja, dann ist er dahin mit dem Teil, ne? Ja, ist er. Und jetzt ist er betypt. Oh, dann macht man richtig Burst da. Burst. Jo. Burst. Verbundbar, zwei Sekunden stand da, ja, oder? Ja. 49. 48. Noch mehr Roboter? Mach das schon. Ja, hätte ich das gewusst mit dieser blöden Blase, ne? Mhm. So ein Scheiß. Ja, woher solltest du da sowas sagen? Ja, im Prinzip sollten die sowas wie, äh, ja, so eine Anzeige machen, dass man irgendwie markiert wird, wenn man ist zum ersten Mal da oder so, ne? Ja, das ist... Das wär ganz gut eigentlich, oder? Mhm. So stehst du da mit dem Pfosten, der Typ spuckt die ganze Zeit auf dein Monitor, weil er dich anrotzen will, ne? Mhm. Mhm. Knochenbringer. Puh. Puh. Knochenpuh. Mhm. Man sieht schon gar nichts mehr, so viel Rotz ist da drauf. Mhm. Mhm. Okay, ich versuch das mal. Ihr könntet das schaffen. 37.000 hat der. Ja. Wenn wir danach geht's noch weiter, dann dreht du hier. Oh Gott, echt? Aber ich sag's dir, darf man natürlich auch nicht vergessen, klar wir sind ja ein Spieler weniger, 34 oder 33. Ja, ja, klar. Wir sind ein Spieler weniger. Boah, was geht ab, Leute? Boah! Hm, Alter. Was? Aua! Ihr müsst durchhalten, echt. Boah, ich mir... Ich schlappen schon die Hände. Hahaha. 29 hat er. Noch. Ja, 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 ja. Oh, jetzt kriegst du richtig viel Schaden. Ja, weil diese Roboter da sind. Oh Gott. Hahaha. Und da schon wieder... Oh, ist weg. Scheiße. 25, 24. Heifersch! Oh, Roboter. Ah, fuck. Nein! Du bist tot. Du bleib in der Zeit. Du bist tot. Du bleib in der Zeit. Für mich wird's jetzt vielleicht zurück zum Gesetz. Ne? Oder wo immer das heißt. Ey, der hat nur noch 15. Und die schaffen dann auch nicht mehr. Glaubt mir, gleich ist Tomolo tot oder so. Oh, da müssen wir den ganzen Kack normal machen. Dann brauchst du einen Joint, um das zu schaffen. Ich weiß nicht. Und so ist... ...Joy Sig, meinst du? Ja, ja, ja. Und jetzt ist der auch tot. Tomolo ist tot. Boah, ne. Obwohl, ne. Irgendwie... Ist ja noch nicht ganz tot. Ne, der ist nicht tot. Das ist so. Wenn du siehst. Der hat kaum noch Leben, ne. Dieser scheiß super und wohne Neutron. Ja. Tomolo ist tot. Vielleicht jetzt. Jetzt ist er tot. Fuck. 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 Das Ding hat noch so 10.000 hier, ne. Ja, und die blöden Roboter da ist. Minky nervig. Okay. Scheiße. Ich würd gern rausgehen, ehrlich gesagt. Aber irgendwie will ich's auch fertig machen, ne. Wie lange sind wir schon drin? Oh, da flucht einer. Da flucht einer. Hehehe. Hä? Warte mal. Wie kann ich denn hier den Chat ändern? Ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. wie ich in die Instanz schreiben kann. Ich würd gern. Ähm. Ich würd gern, ähm. Ich weiß nicht, wie ich in die Instanz schreiben kann. Warte mal. Chatfensterbefehl. Sagen rufen. Das ist das falsche. Aktive Kanäle. Neun Chat. Was? Nein. Ich kann das nicht sehen. Wolle bestätigen. Ja, DD bin ich. So. Bei mir steht Tank. Dann hast du. Dann. 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 Du in��고ktionlos dann. Warum macht dir immer Tankmann? mourning sagt da, die insz an schauen. Schreibt. Jetzt. Dann. 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 Ich weiß nicht Hey, hörst du denn? Ja, weil ich Instanz ausgeschrieben habe Ich weiß nicht, wie ich es ist das Kranke Schöpfen ist ein Fünf-Minuten-Nurfer er kennt das ja auch da ist bis zu schauen ne ich zieh das durch, mach ich zwei Teile draus, mir lacht der, alter ich will keinen Thread da reinpacken jetzt ja, das sind die Sachen wie... wo ist denn eigentlich die Charakter hier? was ist das denn jetzt? in die Kapitze ist auch wie ein Dengen ich hab... irgendwo hab ich doch... hab ich auch dieses... ich weiß nur nicht mehr, wo war denn der Scheiß jetzt, ich weiß doch nicht mehr, wo das war, alter ähm wo seine Dings hier sind, die Charakter und so, Fähigkeiten äh, das ist der Aktionsbaukasten siehst du unten links das Ausrufezeichen mit dem S-Log? ähm... unten links unten links die Leiste ganz unten so ein kleines Kästchen mit Ausrufezeichen Ah, ich hab... und daneben ist Aktionsbaukasten aber... und da sind die... die ganzen Aktionsbaukasten, die du hier zusammenlegst angreifen angreifen unterstützung nützlich ist ja, 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 ja ich hab da auch noch was frei jetzt, aber... ich hab da... ich weiß nicht, was soll ich da reinpacken jetzt, echt? bilder Schlag habe ich noch ich hab da nichts frei Unterstützung erschüttern ich kann mir da nichts reinpacken, weil ich hab da nichts weiter Schildstoß bedrohlicher Schlag erzeugt 150 Bedrohungen ja, muss ich da irgendwie reinnehmen ok, ich hab den jetzt mit reingenommen also ich hab... ich hab zwei drin, weil dieses eine erzeugt glaube ich auch Bedrohungen normal oder was? die sind ja weiterschlungen ja, schon aber ich muss auch weiter hier ja, dann... versuch es ja, aber... ja genieße den Akt des Tötens der Ding ist ja gar nicht da Tötet sie, Tötet sie, Tötet sie ach, sie müssen alle in diesen Ring rein, ne? Kann das sein? ja, weiß doch mal alles die warten da ja die ganze Zeit echt die schreibt doch, der ist doch da ja die sind in DPS echt wir brauchen einen Ersatz der sucht gerade im Nexus-Dings der ist ein ich bin der ist ich bin der ist der ist Ich hab das doch reingezogen, aber irgendwie kriegt der eine Typ immer trotzdem die Agro. Ich weiß nicht, warum man die Agro kriegt. Eigentlich sollte er die nicht kriegen. Das eine, was ich hier habe, hat 16 Sekunden Abklingzeit oder so, ne? Das ist echt viel. Sag mir, naja, okay, ich seh's jetzt ja selber. Irgendwie funktioniert das gar nicht so agromäßig, find ich. Verspotten funktioniert dann so einmalig. Okay, der ist in dieser Bubble. Wo ist das Ding? Dann musst du den ziehen zu diesem... Ja, dann kommt mal alle mit hier, komm! Komm, 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 komm. Oh, da sind die Zerstörbots. Da sollten wir mal irgendwie raus, oder? Holy shit! Fuck, man. Oh, jetzt bin ich weggesprungen, das ist natürlich clever. Ich seh doch nicht durch, ihr Mann, was wollt ihr von mir? Da ist ein scheiß Roboter hier. Ah! Da hat wieder die Blase. Ja, okay, wo ist denn das Ding? Ja, da. Mitten in den Roboter rein, da. Du bist doch saudämlich, Junge. Okay, ich hab verspottet. Oh, nee, ey, ne? Was ist mit dem Highlight? Keine Ahnung, vielleicht ist das hier nicht so, dass die heilen wie blöde wie im WoW. Ich bin tot. Boah, Alter. Du bist tot. Ja, aber jetzt hat er nur noch 36.000, jetzt haut rein da. Da ist einer dazugekommen, sehe ich. Echt? Ja, der ist jetzt Tank. Gut. Jetzt bin ich nämlich plötzlich DD. Weißt du, was war? Nee. Ach, nee. Ja, komisch, dass der jetzt als Tank angezeigt wird und ich jetzt als DD. Alter, jetzt nicht. Nee, ich schaff das. Nee. Nee. Stirbt der jetzt irgendwann oder was? 20.000 hat er noch. 19.000. Nee. 13.000. Nee. 12.000. Alter, was für ein Dungeon, ey. Acht und halb Du bist auch tot Schon ein Jährchen Ja aber die schaffen das glaube ich Ich hoffe das ist der Ende Vielleicht war es auch erst gerade der Mittelteil Ich weiß gar nicht wie lange so ein kacke läuft Jetzt ist er gleich tot Komm 1907 4 Jetzt ist er unter 1000 Gleich weg Oh 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 Habe ich doch mit Abtraut drauf? Ich weiß nicht Nö Nochmal hier Du bist eine verstörte Seele Was ist das? Alles besteht die Störung bei dir darin Dass du hier anbauen Das steht Das steht Das steht Das sieht nicht so aus als wäre es hier fertig Nö echt Nee Es geht noch weiter Aber endlich bin ich nur die Idee Oh Gott Scheiße das hört nicht auf ey Das ist der Albtraum Pflichtprüfungszone Oh meine Güte ey Ich Das ist das letzte Aber jetzt habe ich hier einen stark drin den ich nicht drin haben will Wart mal Fuck ey Ich kann es nicht ändern jetzt weil ihr schon kämpft Tolle Wurst Okay der sieht krass aus muss man ja mal nur sagen Ach man ich kann nicht weg von diesem Scheiß Aber der Schaden scheint besser zu sein Cool Oh Becker Ich glaube da war fast ein Kripp drin Er ist ja Boosbein Boosbein The fuck ey Stirb einfach Bitte stirb Jetzt heißt es ausweichen Oh 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 irgendwie irgendein scheiß stürzt sie vom himmel wie lange hält denn der scheiß an? kann man auf den einkloppen jetzt wieder oder was? ich weiß es nicht ich habe keine ahnung ja wo ist er? da ist er kommst du her Junge ach Gott ist das schrecklich ey nein eigentlich macht es spaß ja klar das machen wir jetzt öfter ja aber nur wenn du als Team Green hehehehe anspielung ja hehehe hehehehe hehehehe pfff alter mal ich lauf aber auch voll rein in jedem scheiß von dem ne heila heila du schmeißt den hier raus echt 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 er meckert da rum ne und dann kriegt er selber nix gefacken ja ich würde ihn rausschmeißen echt rohe ich kann mich nicht bewegen oh ne echt leute das ist echt wir sind alle tot Hm Echt, das ist mir schon Freue mich rum, Mann Eine PVP-Markierung Wurde 30 Sekunden Der Abmeldung Das ist hier halt Ah, herrlich Okay, der geht schon ran Doch, das macht Spaß Ist das geil Jups Er sagte mal Use Interrupt Aber, woher soll ich denn wissen? Ich weiß gar nicht, wann ich was unterbringen soll Ah, ich bin tot Ich bin gleich tot Oh, holy fuck Ich habe noch meine Boah Habe ich ein Glück Ich habe noch ganz schnell meine Spritze genommen Okay, jetzt ist er angreifbar Oh shit, auch hier Oh, ich bin Oh, ich bin Oh, ich bin Okay, jetzt müssen wir wieder ausbrechen Oh, ich bin Und hier Oh, ich bin Ich bin Oh, ich bin ist er spaßig? oh, da ist er oh, hat der da Flammen auf dem Bohnen oder was ist das? easy oops oh, was sind das? was macht der davon zurück? da schmeißt du so glühende Dinge oh, 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 ich bin gleich tot oh, okay, Flammenlänge zerstören, alles klar ja, ob viel Leben, ey aber ich kann nicht mal diese Flammenlänge anzustellen, echt oh, okay sie dürfen nicht explodieren, glaube ich, war das wohnen wir haben den gleich gleich ist er ach, ich hab die ach, ach, Mensch hat's sich wieder bist du auch mehr tot als lebendiger, also mir wohl das nicht passieren betretenes schweigen dass dieses schweigen so wie der miches aufschluss meinst du das ja hallo hallo wo alle wie viel leben hat er kann man mal gucken wie viel leben er hat so in zahlen er und wenn du hochkommst bei ihm oben jetzt müssen wir ganz schnell töten Nein, 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 nein Oh scheiße, ich hab mir das noch Wow Nein, nein Ich mach das nicht weiter Ich will das nicht Ich will das nicht Ich mach das nicht weiter Nein, nein Nein Are you fucking kidding me? Oh Gott Bei der nächsten Holocope wiederbeleben Was läuft hier Schiff? Was läuft hier verdammte Scheiße Schiff? Da einer ist rausgegangen Ich geh auch raus Ich geh auch raus Ich krieg einen Affen Oh, alter Alter Das kann doch nicht sein Der Schaden hat gefehlt Wir haben es nicht geschafft den recht schnell kaputt zu machen bevor Ähm Ne Ah, ich geh raus Was, wieso willst du denn jetzt schon rausgehen? Ne, ich will, ich will das nicht mehr Ich will das echt nicht mehr Ich dreh durch Ey Kaiser, bist du so doof oder was? Echte Der Heiler ist weg Ja Ja Kein Bock mehr Ja Kein Bock mehr Ja, kein Kinder, ne? Eber Ausschuss Oh Gott Oh Gott Oh Gott, nein Juhuhuhu Juhuhuhu So, DD ist da Ich hab keinen Bock mehr Ich hab keine Ahnung Ich hab keine Ahnung Das kannst du doch nicht in einem Stück machen Das geht nicht Nee, da mach ich 5 Videos raus Ja, das würde ich auch so irgendwie abkürzeln Echte Ja, der kürzt sich nix ab Das wird un- Leute, das würde ich auch keiner anschauen Dann denken die auch, ey Was ist mit der los? Mit dem los Ja, mit der los Mit der, du musst dich selbst, ne? Mit der, der, der denn los Ich will nicht, nein, ich will nicht Komm rein jetzt hier Ja, wahrscheinlich muss ich schon ein bisschen abkürzen, dann Könnt ja sein Ja, musst du auf jeden Fall Ich will nicht, Mann Ach, Mensch Ja, reiß dich zusammen Ja, ich hab nicht So, jetzt, jetzt mach's hier ordentlich, ja? Ja, ich kann nicht mehr Ich hab keinen Bock mehr Doch, komm, gib alles Jetzt gib alles Wir wollen ja fertig werden Ich kann nicht alles geben Das geht nicht Das ist... Doch Mann, du Versager, mach jetzt Boah, ich hab keine Luft mehr hier Echt, wenn ich nochmal sterbe, geh ich raus Ey, wir sterben ja schon Ja, guck mal Der eine ist schon tot Irgendwie sterben wir alle jetzt Boah, Leute, ne Ja, ich bin tot Boah, echt Nein Nein Das mach ich nicht mehr weiter Ich bin doch nicht blöd Das schaffen wir nie im Leben So, ich geh raus, ich hab keinen Nerven mehr, echt Oh, echt Das war... Oh, ne So Danke fürs Zuschauen Das war echt... Oh, scheiße, wie kommst du aus der Gruppe raus? Gruppe verlassen Echt Naja, wir sind in einer Gruppe Ja, jetzt Jetzt sind wir in einer Gruppe Oh, Gott Das war super Es war auch erfolgreich am Ende Scheiße, ne Und wir sehen uns dann beim nächsten Video Abonniert auf jeden Fall Ich mach jetzt nur noch so ne Videos Nein, bitte nicht Das ist das kürzeste jetzt Wir machen keinen Nerven mehr Und, äh, wir sehen uns dann beim nächsten... Also, bis dahin Abonnieren nicht vergessen Also, haut rein Ciao, ciao